also ich lass jetzt auch noch mal wieder mitlaufen hier mit Mai am Start spielen eigentlich der gute Pian, wo ist er denn überhaupt? ich seh ihn gar nicht ach so was war was haben wir denn? The Young Control Na gut, schwimmen wir auch noch eine Runde The Pot macht er sonst keiner? Ja, sich direkt da wegnatschnassen, warum denn auch nicht? warum denn nicht? oh, da ist er schon hier, da geht er schon rund warum gehe ich denn jetzt einzig auf den Punkt? bin auch da und über mir springt so eine Tussi rum äh halt auch kommt schon Jungs, kommt schon, holt den Punkt, holt den Punkt hochheilen hier ja, also ich muss aber sagen, für den Heiler ist das Ding schon auch sehr geil ich habe mal so einen massiven Schaden gekickt ja, das stimmt wohl weggeboxt echt? sehr nice ja, ja, ich habe gerade Genji weggeboxt einfach mal anmachen ja, warum auch nicht ah, ich dachte mir, ich kann es vielleicht alle fest rosten, aber hat dann doch nicht geklappt, leider ja, ich habe dich im Wies aber hat halt noch eine Ulti angehabt, habe ich mich so ein bisschen drauf gespannt warum hat denn jeder eigentlich geile Skins, nur ich nicht toll und fair ja ja kommt die da von oben mit ihrer Ulti hab ich noch geachtet warum kann der eigentlich ihre Ulti ich verstehe immer bis heute noch nicht, warum in manchen Spielen Farah einfach ihre Ulti komplett durchpusten kann macht echt wenig Sinn die Ulti ist eigentlich so leicht zu countern ja, die Mauer, die Wall war auch noch gut von Maida das bin ich, danke sehr, sehr gut die Wall war gut ich konnte keiner contesten ne ich weiß noch nicht, was du meinst, aber genau das habe ich gemacht äh, dass jemand auf den Punkt geht und dann zur Verlängerung kommt ah, ok, alles klar gehst du da raus ha ha, hallo hallo, hallo 4, 3, 2, 1 go, go, go ach, das ist die Map, wo ich die Leute runterstoßen kann ja fack nimm mal den Punkt ein okay ja, go das steht da pass auf die Ferner auf tschüss oh, tschüss oh, tschüss äh, tschüss tschüss mal runter hauptsache mich mit runter genommen also reiner hat hier runter zu charge macht so gar keinen sinn na ja im zweifel habe ich als für das team gedient da kriegt das schaden lol was macht ihr denn na jungs macht ja der intensiv macht schon einfach viel spaß teilweise ist einer meiner jungs champions ja ich spielte auch sehr sehr gerne muss ich sagen man warum tut denn jemand was kriegen auch mal ein zweites mal konnte ihre und die durchfeuern gut da war ein soldier und der pustet nicht nach oben ich war gerade genau da draußen stand aber dann hat da draußen waren die drei leute ja ärgerlich das schreibe ich den solcher jetzt aber zu ach was sehr schön ich glaube das war es ja ich glaube auch das dürfte sagen jetzt nicht mehr packen ne das ist gg so nice support runde nice support alter eliminierungen hier platz 1 mit mei mit healing dann platz 1 du du fuchs objective kills bin ich aber auch erster objective kills auch erster 9 ja aber wie ich sehen ja das ist super lustig mit lucia hier einfach habe ich auch noch nicht geschafft eine ferra in den ton stürzen zu lassen also da bin ich aber ganz mal ganz egoistisch und ich bin auch erster support ich gebe mir für die zielverschritte ja ach komm 25 Prozent der Raketen also getroffen werden alles natürlich total schwer ja war eine schöne runde würde ich sagen vielen dank bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss